Musik Hast du Lust auf ein Spielchen? Ja logisch, mit dir. Okay, okay. Das Spielchen heisst sechs Fahrerinterviewen. Und zwar die sechs. Vier von diesen Fahrern musst du haben. Wenn du es nicht schaffst, dann musst du in die Zugersee-Gruppe heute Abend. Oh, ist sie kalt. Und wenn du es schaffst, muss ich in die Zugersee-Gruppe heute Abend. Hast du ein bisschen Schiss, gell? Ja, weil die sind ja total in einem anderen Film. Ich glaube weniger, dass die Lust haben auf mich. Und die Fragen, die du musst stellen, die sage ich dir immer kurz voran. Am Ende des Clips kommt einer von uns zwei in den See. Das bist du. Nein du. Nein du. Nein du. Nein du. Nein du. Nein du. Dominik, du bist ein bisschen aufgeregt. Ja, jetzt finde ich wirklich nervös. Ich muss so einen Zeichen fragen wahrscheinlich. Hier steht jetzt, Gregor Udarsch ist eine der Liste. Ihn solltest du fragen, wie er aufs WC geht. Nein. Let's go. Wie macht ihr das? Ich meine, du machst dich nicht in die Hose, wenn du aufs WC musst oder? Nein. Während dem Rennen? Also ich zum Beispiel nicht, aber die meisten anderen schon. Da bin ich aber froh, wenn du das nicht machst. Aber wenn es regnet, und es ist schnell, dann gibt es schon jemand, der in die Hose seicht. Aber das merkt dann auch niemand, wenn es regnet. Ja der, der hinten dran fährt, vielleicht schon. Du. Nein du. Nein du. Nein du. Nein du. Darf ich dir eine Frage stellen? Nein du. Letztes Jahr hast du doch noch ausgesehen wie der Midi. Was ist mit dem Gesicht passiert? Und darum bestehe ich eigentlich auch, dass man meinen Nachnamen nicht Elmiger, sondern Elmiger ausspricht. Gut, ich habe es genossen. Ich hatte Ferien, viel gegessen. Was war das? Du bist eigentlich so dick zu sein. Nein ich habe es. Was muss ich fragen? Really? Body Lotion? Body Lotion? Are you using? Oh Gott. Nein. So peinlich, der weiss nicht mal wer ich bin. Which Lotion with Body Lotion do you use? Nothing. I don't use. Ah, but then you're naturally beautiful. Nein du. So etwas von du. 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 Mit dem Gangelana fände ich es extrem schön, wenn du einen Secret Handshake machen kannst. Machst du mit mir einen Secret Handshake? Bitte mach es mir. Der muss nämlich in den kalten Zugersee springen. Also wenn du springst, dann muss ich das irgendwie auf dem Video sehen. Das will ich sehen, dass du da rein kommst. Du. 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 Du.